Dies ist eine Videoantwort für Andi, BKHs. Während mein Brot da oben in der Dose mit Deckel geht, möchte ich kurz über ein Pimchab reden. Bis gleich. Ja, also, was ist das? Das ist ein ganz normaler Autoschlüssel mit Klappmechanismus. Meine Vorstellung wäre, ob man dieses Teil, was hier aus irgendeiner Messing, was auch immer, Stahllegierung hergestellt ist, braucht ja gar nicht genau so aussehen, ob man das herstellen kann in irgendeiner Form und hier ersetzen oder egal welchen Klappschlüssel ersetzen, dass, wenn es zugeklappt ist, man einen Schlüssel erkennt. Und wenn es aufgeklappt ist, eben nur einseitig hier angeschliffen und einseitig hier angeschliffen, als wäre es ein Chisel-Grind. mit dem Vorteil, dass, wenn ich es im zugeklappten Zustand samt Schlüsselbund bei der Check-In-Kontrolle im Flugzeug ins Trail lege, es eben nur durchgeleuchtet wird nach elektronischen Teilen und der Stahl, der hier drin ist, eben als Schlüssel erkannt wird. Das ist meine Idee. Und wenn du Lust hast, sowas zu machen, dann schlag zu. Ich gratuliere dir zu deinen 275 plus Abonnenten und wünsche dir alles Gute. Ich bin ein Fan von Messermachern, kleinen Handwerksbetrieben, die das so nebenher machen und die dann ihr Wissen in YouTube stellen. Vielen Dank für deinen Kanal. Ich habe schon viel gelernt und viele Ideen bekommen. Tschüss!